Diese Eiswagen-Melodie. Ja, man könnte ja auch mal vielleicht zur Abwechslung oben landen. Ja, es war knapp dran. Oh, ich hab ja meine zwei Stunden schon wieder fast rum. Das ist ja lame. Fuck. Das wollte ich doch gar nicht klauen. Hm, was macht das Ding? Das macht das, okay. Dann muss ich wahrscheinlich... Hm? Okay, jetzt bin ich woanders. Dann muss ich wahrscheinlich dieses Zeitstopp-Ding irgendwie mit da reinkriegen. Das ist ein wenig verwirrend gerade. Scheiße! Ah, ich bin ja hier. Gut, dann geht's ja noch. Ich dachte, ich muss alles nochmal machen. Da hatte ich nämlich gar keine Lust auf... ...das ist wieder so ein Level, was irgendwie keinen Spaß macht. ...das ist die Pipe hier unten frei. Schieß. Ey, normaler Ausgang. Krass. Dann würde ich sagen, für den anderen Ausgang muss ich... ...groß sein. Damit ich einen Hit tanken kann. Und dann muss ich das... ...Zeitanhalte... ...Utensil... ...mitnehmen. Und nicht benutzen, um durch die Sägen zu kommen. ...falls man das überhaupt mitnehmen kann. Ja, oder man springt einfach so durch. Das geht bestimmt auch. Kommt, Koopa. Ich hab Angst. Das hätte ich vielleicht vorher anmachen sollen. Ich bin schon manchmal ein wenig blöd. Dann mach ich das halt nochmal... ...ganz einfach. Ja, jetzt hab ich sogar zwei Uhren. Die kann man mit einem anderen Level nehmen. Das ist ja lame. Dann holt man sich einfach mal eine Uhr... ...und dann macht man den Boss mit einer Uhr. Erfolgend. Erfolgend. So, jetzt das Ding anmachen. Krass. Ich hab voll das krasse Secret durchschaut. Das war so schwierig. Ja, den Pilz hol ich mir mal. Der sieht zwar ziemlich gefährlich aus, aber... ...man kann bestimmt trotzdem essen. Ach, auf einmal ist Winter. Na, Logen. Ich hab's ja oder. Nein. Eisbüche... ...in kein应. Die haben wir ja schon hier não mehr gesehen. Eiswürfel. Wegler ist anscheinend zu groß zum einfrieren. Stop and Swap. Aha. Man kann nicht mal alle Eissachen auffrieren, auftauen, auffrieren. Gib. So, ich habe jetzt eine Stunde 51, das heißt ich kann auch ungefähr ein Level machen. Jetzt gibt es da eine Höhle. Cloudy with the Shands of Coins. Sieht bisher nicht aus wie eine Höhle. Ich sehe schon auf was das hinausläuft. Coins sammeln, damit Plattformen entstehen. Wenn es zu einfach bleibt, ist ja gut. Wenn es schwerer wird es kacke. Das Noteblock. Das Noteblock so gut. Das Noteblock so gut. Äh, nein, das will ich nicht diamanten haben. Das will ich eigentlich auch nicht haben. Da ist bestimmt irgendein, irgendwie der Stern drin oder so. Nein, Jack, ich möchte mir keine Rüstung aus den Diamanten craften. Wie. Oh, okay. Hier ist sie... Hier... Hier ist sie... Was für Kirby hier? Pound the ground. Das dachte ich mir schon, dass ich das machen muss. Können wir das mit dem Fisch? Ne. Achso, wenn man unten drückt. Ach, da muss man ja erstmal drauf kommen. Ich hab keine Ahnung, was die Yoshis also können. Der Lilane kann anscheinend fett sein. Und wegrennen. Fett sein und wegrennen, das sind so die besten Skills. Deswegen gibt's ja auch den Superhelden, der fette Wegrenner. Das ist der stärkste Held aller Zeiten. Man kann ja auch nochmal verlieren. Aber ich hab die Fehlermaus gekillt. Nein. Was ist denn noch so ein Wichsvieh? Was hat das jetzt gebracht? Nichts. Ich dachte, ich krieg den Stern wenigstens. Gut, dass das scheiß Vieh gebounced hat. Aber hey. Mach ich's halt nochmal. Because, why not? Hier, stirb. Niemand mag dich. Du bist ein Fisch. Kam eigentlich ein scheiß Kirby, ne? Ach, der spawnt einfach da. Das mach ich auch manchmal. Ich spawne einfach irgendwo. Was hat das jetzt gemacht? Ja. Fisch. Hab ich doch gewusst, dass ich den Kakyoshi brauch, um in den Stern zu kommen. Naja, das Level war ganz okay. Es war nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Du, 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 du. Hm. So, dann ist die Welt auffällig, außer das eine Level hier drüben. Das mach ich dann morgen. Oder übermorgen, oder sonst wann. Ich werd dann nochmal offscreen gucken, ob ich das finde. Dann, danke fürs Zusehen an den Streamchat und an YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.